Mevlüt Erdins ist ein türkischer Fußballspieler, der auch die französische Staatsangehörigkeit besitzt. Er steht seit Juli 2015 bei Hannover 96 unter Vertrag und spielt seit Januar 2016 auf Leihbasis bei A. Green Gump. Karriere Mevlüt Erdins besuchte seit 2000 die Jugendakademie vom französischen Erstligisten FC Soch O und 2006 unterschrieb er bei ihnen seinen ersten Profi-Vertrag. Nachdem Mevlüt Erdins mit 18 Jahren am 19. November 2005 sein Debüt in Corsica für die Profimannschaft in einem Pflichtspiel und Ligue 1 gegen A. C. Ajaxiogab, in dem er in der 86. Minute eingewechselt wurde und in den Schlussminuten seine Mannschaft zum 1-0-Sieg schoss. In den ersten beiden Jahren kam Mevlüt Erdins zwar zu sporadischen Einsätzen in der höchsten französischen Spielklasse, Aber erst in der Saison 2007-08 konnte er sich einen Stammplatz im Sturm der Leinzong erkämpfen. Durch den Pokalsieg 2007, wo Mevlüt Erdins nicht zum Einsatz kam, qualifizierte sich FC Socho für den UEFA-Pokal. Im Rückspiel am 4. November 2007 in der ersten Runde des UEFA-Pokals gegen Panionios Athen feierte er mit 20 Jahren sein Debüt im Europa-Pokal. Im Dezember 2008 verlängerte der viel umworbene Mevlüt Erdins vorzeitig um ein weiteres Jahr seinen Vertrag bis Sommer 2013. Diesmal beinhaltete es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 8 Millionen Euro. In seinen letzten beiden Spielzeiten 2007, 08 und 2008, 09 für die Ostfranzosen schoss er doppelstelliger an Toren und bewahrte sie damit zweimal vor. Dem Abstieg in die Ligue 2. Nachdem sich endlich der FC Socho und Paris Saint-Germain über den Transfer von Mevlüt Erdins geeinigt haben, wechselte er zur Saison 2019. zu PSG für eine Ablösesumme, die im Vertrag vereinbart war von ihm in der Ausstiegsklausel und er unterschrieb bei den Hauptstädtern einen Vierjahresvertrag. In seiner ersten Saison für seinen neuen Verein gelang ihm im März 2010 ein Hattrick beim 4-1-Sieg in der Liga ausgerechnet gegen seinen alten Verein, FC Socho. Außerdem hatte Mevlüt Erdinsch maßgeblichen Anteil am Gewinn des französischen Pokals 2010, in dem er in allen sechs Pokalspielen eingesetzt wurde und vier Tore erzielte. Im Halbfinale den 1-0-Siegtreffer gegen US-Queli schoss, damit zogen sie ins Finale des Coupe de France. In der darauffolgenden Spielzeit 2010-11 erreichte Mevlüt Erdinsch mit Paris Saint-Germain das Achtelfinale der UEFA Europa League und erneut das französische Pokalfinale. Aber diesmal verloren sie knapp in den Schlussminuten mit 0 zu 1 gegen den späteren Double-Gewinner OS Zillel. In der Saison 2011-12 wurde sein Vertrag im September 2011 vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Aber er kam in dieser Spielzeit nur noch als Einwechselspieler zum Einsatz. Der viel umworbene Mevlüt Erdinsch hatte unter dem neuen Trainer Carlo Angelotti bei PSG keine Zukunft mehr. Deswegen wechselte er am 25. Januar 2012 in der Wintertransferperiode zum Liga-Konkurrenten Stade-Rennes, die seit längerem an ihm interessiert waren. Die Ablöse für ihn betrug 7,5 Millionen Euro und Mevlüt Erdinsch unterschrieb einen dreieinhalb-Jahres-Vertrag bei den Bretonen. Am 3. September 2013 unterschrieb Erdinsch einen Vertrag bis Sommer 2017 bei den Le Stéphanova. Er ist bei A Saint-Étienne der Nachfolger für den zu Borussia Dortmund abgewanderten Pierre-Emerick Aubameyang. Sein neuer Arbeitgeber überwies 4,5 Millionen Euro Ablöse zum Liga-Konkurrenten Stade-Rennes für den 26-jährigen türkischen Nationalspieler. Sein erstes Tor für Saint-Étienne markierte er am 24. November im Auswärtsspiel gegen OG Zenitza, welches letztendlich durch dieses Tor auch 1 zu 0 gewonnen wurde. Zur Saison 2015-16 wechselte Erdinsch selbst in die deutsche Bundesliga zu Hannover 96. Dort debütierte er am ersten Spieltag in der Partie gegen den SV Darmstadt 98, wo er gleich einen Foul-Elfmeter vergab. In Hannover konnte Erdinsch nicht überzeugen, so dass er Anfang Januar 2016 bis zum Saisonende an EA Guingamp ausgeliehen wurde. Mit 17 Jahren debütierte Mevlüt Erdinsch bei der französischen Junioren-Nationalmannschaft. Ergänzend gewann er 2005 mit der Mannschaft den UEFA CAF Meridian Cup. Später entschied er sich für den türkischen Verband aufzulaufen. Am 25. Mai 2005 gab Mevlüt Erdinsch sein Debüt für die U19-Junioren der Türkei gegen die Schweizer U19, wo er auch gleich sein erstes Tor schoss. Daraufhin qualifizierte sich Mevlüt Erdinsch mit der Mannschaft für die U19-Europameisterschaft 2006 in Polen. Danach folgten im Jahre 2007 einige Spiele bei der Türkei U21. Am 21. März 2008 wurde er zum ersten Mal in den Kader der türkischen A-Nationalmannschaft berufen für ein Freundschaftsspiel. Gegen Ende März 2008 bestritt Mevlüt Erdinsch in Minsk sein A-Länderspiel-Debüt gegen Weißrussland, welches 2 zu 2 ausging. Außerdem im Juni 2008 gehörte er zum Kader der türkischen Nationalmannschaft bei der UEFA Euro 2008. Am 11. Erfolge Nationalmannschaft Französische Junioren Nationalmannschaft Gewinn des UEFA CAF Meridian Cups 2005 in der Türkei Türkische A-Nationalmannschaft Europameisterschaft Halbfinal ist 2008 in Österreich und der Schweiz Verein FC Soho französischer Pokalsieger 2007 Paris Saint-Germain französischer Pokalsieger 2010 Familie Erdinsch kam als Sohn von türkischstämmigen Gastarbeitern im französischen Saint-Claude auf die Welt. Seine Familie emigrierte aus der zentral-anatolischen Provinz Yotsgate nach Frankreich. icher-Duin Seine Familie